Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Handel im Mittelalter und europäische Entdeckungsreisen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Handel im Mittelalter und europäische Entdeckungsreisen Im Frühmittelalter verfielen während der Völkerwanderung im 4. bis 6. Jahrhundert und der Zeit danach in weiten Teilen Europas die von den Römern gegründeten Städte und deren Bevölkerungsanzahl nahm erheblich ab. Dadurch kam es auch zunehmend zu einem Verfall des Straßennetzes und der Fernhandel zwischen weiter voneinander entfernten Städten nahm stark ab. Der allergrößte Teil der europäischen Bevölkerung, also mehr als 90%, wohnte zu dieser Zeit auf dem Land in Dörfern und lebte von den Erzeugnissen der Landwirtschaft. Die meisten Dinge des täglichen Lebens wurden in den Dörfern selbst hergestellt. Wenn dennoch zum Beispiel Rohstoffe für die Herstellung von Werkzeugen benötigt wurden, die nicht im Umkreis des eigenen Dorfes zu finden waren, begaben sich die Menschen in eine nahegelegene Stadt und besuchten dort die regelmäßig stattfindenden Märkte. Dies wird als Nahhandel bezeichnet. Es war für die Wirtschaft einer Stadt von großem Vorteil, wenn ihr Besitzer, der sogenannte Stadtherr, wie zum Beispiel ein Fürst, ihr das Vorrecht gab, einen Markt häufig abhalten zu dürfen. Man spricht vom sogenannten Marktrecht. Ab dem 11. Jahrhundert entwickelte sich vor allem zwischen den Städten Flanderns wie zum Beispiel Brücke und Gent im heutigen Belgien und jenen Norditaliens wie Venedig und Genua wieder ein reger Fernhandel. Dieser wurde einerseits auf neu bzw. wieder entstehenden Straßen oder auch auf Seerrouten durchgeführt. Transportiert und verkauft wurden unter anderem Salz, Gewürze, Pelze, teure Stoffe wie Seide und Kleidungsstücke. Während in den Dörfern der Tauschhandel, also die Tauschwirtschaft, noch sehr verbreitet war, wurden in den Städten Waren zunehmend mit Geld bezahlt. Man spricht ja von Geldwirtschaft. Hinderlich für die damalige Geldwirtschaft war, dass in vielen größeren Städten mit unterschiedlichen Geldmünzen bzw. Währungen gezahlt werden musste. Um in einer anderen Stadt bezahlen zu können, mussten die Menschen ihre eigenen Münzen gegen die in dieser Stadt erlaubten Geldstücke bei einem sogenannten Geldwechsler gegen Bezahlung einer Gebühr eintauschen. Man spricht hier von Geld wechseln. Um die schweren Silber- und Goldmünzen nicht über weite Entfernungen transportieren zu müssen, wurden sogenannte Wechsel erfunden. Die Kaufleute zahlten in einer Stadt einen Geldbetrag an eine Bank, eine sogenannte Geldwechselstube, ein. Als Bestätigung für die Einzahlung wurde vom Mitarbeiter der Bank, der sogenannte Geldwechsler, gegen Zahlung einer Gebühr dem Händler eine Urkunde ausgestellt, der sogenannte Wechsel. Mit diesem Wechsel konnte der Kaufmann in eine weit entfernte Stadt reisen und bei der dortigen Bank den Wechsel gegen das vorher in der Wechselstube eingezahlte Geld eintauschen. Die immer reicher werdenden Kaufleute und Besitzer von Banken, also die Bankiers, erhielten immer mehr Einfluss auf die damaligen Städte und Staaten. Bekannte Beispiele für Händler sind die Fuca in der deutschen Stadt Augsburg und die Medici im italienischen Florenz. Einige europäische Städte, wie zum Beispiel Italien, Venedig, Florenz und Nailand wurden so mächtig, dass sie sogar größere, weiter entfernte Gebiete beherrschen konnten. Es waren sogenannte Stadtstaaten. In diesem Sinne können derartige wirtschaftlich erfolgreiche Städte des Mittelalters mit den Poles, also den Stadtstaaten, des griechischen Altertums verglichen werden. In Nordeuropa schlossen sich ab dem 12. Jahrhundert beinahe 300 Städte wie in Deutschland, Lübeck, Bremen und Hamburg zu einem Städterbündnis zusammen, die sogenannte Hanse. Ziele der Hanse waren unter anderem die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Schutz des Handels und der eigenen Städte. Die Hanse war zeitweise so mächtig, dass sie sogar erfolgreich Kriege gegen Staaten wie Dänemark führen konnten. Die Eroberung Konstantinopels, also von Byzanz und der damit verbundene Untergang des Ostromischen Reiches im 15. Jahrhundert, also im Jahr 1453, durch die muslimischen Osmanen, die heutigen Türken, erleichterte das Vordringen ihrer Armee nach Europa. Im jahrhundertelangen Kämpfen versuchten die Osmanen nach der anschließenden Besetzung des Balkans auch militärisch die Vorherrschaft im restlichen Teil Europas und im östlichen Mittelmeer zu erringen. Erst nach der gescheiterten zweiten Türkenbelagung Wien im 17. Jahrhundert im Jahr 1683 konnten europäische Armeen den Machtbereich des Osmanischen Reiches endgültig entscheidend zurückdringen. Zahlreiche christliche griechische Gelehrte flohen zur Zeit der Oberen Konstantinopels im 15. Jahrhundert in dem Westen Europas und verbreiteten besonders von Italien ausgehend ihr Wissen und ihre Kenntnisse. Schriften aus der Antike und neue Erkenntnisse wurden mit Hilfe der im 15. Jahrhundert von Johannes Gutenberg entwickelten Art des Buchdrucks in Europa rasch als es in den Jahrhunderten davor durch Abschreiben der Bücher möglich gewesen wäre. Die Eroberung von Byzant behinderte aber auch alte Handelsbeziehungen zwischen dem christlichen Europa und Ländern Asiens, des sogenannten Orients. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Orienthandel. Das Bedürfnis von immer mehr Menschen, Gewinn durch Produktion und Verkauf von Waren in den verschiedensten Gebieten der Welt zu verdienen, führte unter anderem dazu, dass immer mehr Entdecker von europäischen Staaten entsandt wurden, um neue Reiserouten und Gebiete zu entdecken. Seefahrer, die im Auftrag Portugal, Spaniens und Englands im 15. und 16. Jahrhunderts unterwegs waren, konnten zahlreiche Entdeckungen machen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts versuchten besonders viele Entdecker einen Seeweg nach Indien zu finden, da die Europäer in diesem Teil der Erde besonders wertvolle Reichtümer wie Gewürze und Gold vermuteten. Bei dem Versuch Indien zu entdecken, gelang Christoph Kolumbus 1492 die Wiederentdeckung Amerikas. Man spricht deshalb nur von der Wiederentdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, da schon vorher um das Jahr 1000 Leif Eriksson mit seinen Wikingern als erste Europäer das Festland Nordamerikas betraten. Christoph Kolumbus ging bis zu seinem Lebensende davon aus, einen Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Erster Italiener Amerigo Vespucci erkannte am Anfang des 16. Jahrhunderts, dass Kolumbus sich geirrt hatte und ein neuer Kontinent entdeckt worden war. Der Doppelkontinent Amerika, Süd- und Nordamerika wurde nach Amerigo Vespucci benannt. Die Entdeckung des Seewegs von Europa nach Indien durch die Umfahrung der Südspitze des afrikanischen Kontinents, dem Cup der guten Hoffnung, gelang erstmals Vasco da Gama am Ende des 15. Jahrhunderts im Jahr. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Video-Playlist geht es dann um das Thema Neuzeit.